Guten Tag, mein Name ist Ümit Üsküdar, ich bin der Nachbar von Murat Topal. Murat hat so ein bisschen Unfall gemacht, delikanlich, mit Motorrad, aber kein Problem, kommt er trotzdem zur Show, ich habe ihn gegeben, guck mal hier, Krüge, Mürge und so weiter. Kommt er nach Mais, abfrischen Trude, trifft die Backlava sind beide süß, macht die Show, Start um 20 Uhr, Reinkom 19 Uhr, Murat Topal mit dabei, dann nochmal, Dirk Schwer, Deutsche Mann, singt der Türkisch und Bellidens Victoria, Deutsche Frau, tanzt türkisch. Also, Spaß machen, bis dann, tschüss.